Was ist der Mann? War gestern dieser Mann wieder hier? Nein. Geheiratet? Ja. Ja. Was? Wer ist Mackie Messer? Das ist einer Frau. Mordes an zwei Kaufbeufeln, 30 Eindrücke, 23 Straßenübergrofen. Mack, ich war bei Brown. Wird er auf diesen Kunde an den Galten geführt, den er verdient hat? Mordes an die Vorgel, den er verdient hat? Oh! Wir sind in der Vorgel, das ist in der Vorgel! dass man ihn jetzt zum Galgen schafft.